Das finde ich an Komoot sehr, sehr geil, muss ich sagen, dass man da im Vorfeld auch schon genau weiß, was einen erwartet, also nicht einfach nur die Strecke von A nach B. Da ist natürlich die Wegbeschaffenheit und der Wegtyp für mich von elementarer Bedeutung im Vorfeld, da ich dann weiß, der Frühling, der war ja auch so kalt und ich habe auch nur gegessen, ich bin also megamäßig untrainiert. Und du fährst und machst eine Pinkelpause und hast einen Kaffee getrunken und irgendwie noch ein bisschen rumgeschnappt oder was weiß ich, und auf einmal dann so, oh, 1,50, Komoot hat aber gesagt, 1,22. Falls jemand von Komoot mitguckt, also es wäre schon schön, wenn man diese ganzen Sachen, die man hier also angezeigt bekommt, in eins meiner Lieblingsbundesländer, in dem ich auch gerne Urlaub mache, wo ich unheimlich gerne runterfahre, ich bin großer Bayern-Fan, also kein Fußball, mit Fußball kann ich gar nichts anfangen. Und jetzt kommt's, erst mal gucken, ich war noch nie da, lohnt sich das überhaupt, ist das schön da? Ich habe das überhaupt nicht, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken. Ich kann das alles normal machen, ey. Haha, fuck, 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 fuck. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Dieter Faustmann. Heute mal wieder ohne Nils, Nils ist mal wieder unterwegs und busy und ich dachte mal, ich mache mal so ein bisschen was zum Thema Komoot. Komoot für absolute Anfänger. Das wird auch jetzt ein schnelles Video, weil Komoot selber an sich schon ein bisschen länger braucht, das zu erklären und deswegen fangen wir auch direkt an. Kein Intro, nix, gar nix. Wir starten einfach direkt durch. Viel Spaß. Komoot ist schon relativ komplex, also wenn man da so als Newbie reingeht und das ist alles ein bisschen verwirrend, bis man sich da so zurechtgefunden hat. Aber ich kann euch auch versprechen, je mehr ihr euch dann beschäftigt mit Komoot, desto mehr Routine entwickelt ihr auch und desto einfacher ist das auch. Ich werde jetzt mal so ein paar Sachen erzählen, die mir am Anfang niemand erzählt hat, wo ich erst immer so ein bisschen rumgesucht habe und das fand ich dann irgendwie ziemlich doof. Und darum auch dieses Video für, ich wiederhole es nochmal, absolute Einsteiger, die das noch nie vorher benutzt haben. Wir legen los. Ihr habt euch bei Komoot angemeldet und habt also einen Account. Das ist jetzt ein Schritt, den ihr nicht übersprungen habt. Das ist ganz normal. E-Mail-Adresse, Passwort und so weiter und so weiter. Verifizieren und dann geht ihr auf die Seite und loggt euch dann mit den Daten ein. Das Erste, was erscheint, wenn ihr euch in Komoot eingeloggt habt, ist dann das, was ihr jetzt gerade hier auf dem Bildschirm seht. Wichtig ist hier oben ganz normal die Kommandozentrale. Da haben wir hier oben also einmal euer Profil, wo dann die ganzen Touren sind, wenn ihr welche geplant hättet. Touren, die ihr schon gemacht habt, zum Beispiel auch Highlights und so weiter und so weiter. Das lassen wir erst mal weg. Und wenn ihr jetzt eine Tour planen wollt, dann müsst ihr erst mal suchen, also ganz speziell planen wollt, direkt von Null an, dass ihr also einen ganz sauberen Bildschirm bekommt, wo ihr praktisch drauf rummalen könnt, wie ihr das wollt. Der ist hier oben versteckt. Hier ist ein kleines Plus. Da ist so ein kleines Dropdown-Menü. Wenn man da einmal draufklickt, dann ist hier oben der erste Punkt, ganz wichtig. Neue Tour planen, das wollen wir. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Und dann erscheint hier so, buff, erst mal ein ziemlich wüstes Bild. Es sieht nur schlimmer aus am Anfang, als es eigentlich ist. Das ist logischerweise einfach die Deutschlandkarte in dem Augenblick. Wenn ich hier raus und rein scrolle, das ist, scrolle, scrolle, wie auch immer, dann seht ihr also auch hier, das ist wie bei Google Maps. Ich kann auch die Karte anfassen mit der linken Maustaste und kann also dann hier einfach so alles bewegen. Das ist ganz Deutschland. Und ich gehe jetzt mal einfach hier runter in die Region, in der ich hier lebe. Das ist die Region von Oldenburg. Und links habt ihr dann hier eine Seitenleiste, wo also alle wichtigen Parameter einmal eingestellt werden und auch alle wichtigen Parameter einmal so zu sehen sind. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Wenn ihr erstmal so ein bisschen gucken wollt auf der Karte und euch das so im Bildschirm zu klein ist, dann könnt ihr hier oben die Seitenleiste einfach auch ausblenden und logischerweise dann wieder einblenden. So, wir haben die Option mit verschiedenen Sportarten. Wir können also hier einmal die Fahrradeinstellung, die ich jetzt hier schon drin habe, sogar elektrifiziert. Es gibt aber noch die Möglichkeit zu sagen, wandern. Wir haben auch direkt hier die Highlights eingezeichnet. Die Highlights, da kommen wir gleich nochmal zu. Fahrrad fahren, Mountainbike fahren, Rennrad fahren, Laufen, Levelbike, was hier oben auch steht, MTB Enduro und Bergtour. Das finde ich sehr, sehr klasse. Und die Unterscheidung macht auch Sinn, weil natürlich Komoot hingeht und sagt, im Gegensatz zu einer Mountainbiketour, wenn ich jetzt mit dem Rennrad fahre, dass ich natürlich dann auch bitteschön Streckenangeboten bekomme von den Vorschlägen, die da sind, was den Untergrund angeht. Also die Oberfläche, auf der ich dann fahre. Mit dem Rennrad möchte ich eigentlich, wenn es geht, nicht unbedingt in Waldwegen landen oder halt eben auf Schotter oder sonst irgendwie etwas, was natürlich jetzt für den Reifen nicht so gut ist. Wenn ich jetzt dagegen Mountainbiketour mache, dann möchte ich jetzt nicht unbedingt stundenlang nur auf Asphalt geradeaus fahren. Ich will ein bisschen was erleben. Deswegen immer ganz wichtig, dass man, bevor man alles andere macht, hier oben erstmal seine Option selber aussucht. Habe ich jetzt gemacht. Wir sind ja Fahrradfahrer in erster Linie erstmal, aber ganz gut für euch zu wissen, wenn ihr auch Komoot nutzen wollt im Urlaub, wenn ihr zum Beispiel in die Berge fahrt und wandern geht, dann ist Komoot also auch euer Freund. Kann ich nur empfehlen. Ganz, ganz, ganz große Klasse. Dann haben wir hier unten einen Reiter mit Fitness. Den lassen wir jetzt erstmal so stehen. Also den könnt ihr einstellen von untrainiert bis hin zu Profi. Hat hier jetzt erstmal keine Auswirkungen. Lassen wir in der Mitte einfach mal stehen. Und dann haben wir jetzt hier die Route. Da können wir dann sagen, die Route, die wir jetzt planen, wollen wir die Route eigentlich jetzt nur hinfahren oder wollen wir dann irgendwie auch mit der Bahn wieder zurück? Oder fahren wir dieselbe Route auch wieder zurück? Lasse ich aber jetzt auch erstmal so stehen. Hinweg. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, kann ich einen Startpunkt für diese Route, die wir dann planen möchten, einfach vorgeben. Ich mache das jetzt auch mal. Ich klicke da einfach rein und suche mir jetzt hier oben den Ort aus. Und zwar ist das für mich natürlich auch in Jaderberg am Esch 2. Ich muss keine Datenfreigabetaste drücken. Das System sucht dann also auch selber. Das ist auch so wie bei Google Maps. Hier unten ist es dann. Zwei Radhobendorn am Esch 2. Und jetzt haben wir hier den Punkt. Jetzt habe ich die Karte aber gerade eben irgendwo hier unten in Bayern offen. Und habe jetzt oben aber die Adresse eingegeben. Und wie kriege ich das jetzt auf die Karte, dass wir jetzt direkt da hinspringen, wo das dann sein soll? Da kann ich hier oben einfach jetzt hier auf diesen Wegpunkt gehen und klicke da einfach drauf. Und dann springt Komoot selber einfach dann auf diese Karte auch dann hin. Jetzt habe ich die Option, um sagen zu können, Hin- und Rückweg. Oder lassen wir das jetzt erstmal so? Also ich weiß für mich, dass ich diese Strecke ganz gerne also auch wieder zurückfahren möchte. Und ich möchte mich ja später auch navigieren lassen. Also sage ich jetzt hier in dem Fall Hin- und Rückweg. Jetzt seht ihr auch, das ist jetzt hier umgesprungen. Und hier kann ich es auch wieder ändern, wenn ich sagen will, nee, das ist jetzt nur Hinweg. Es ist aber jetzt Hin- und Rückweg in dem Augenblick. Jetzt geht es darum, rauszufinden, ja, wo geht es denn jetzt hin? Also was ist jetzt das Ziel? Da habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, ich suche das jetzt irgendwie händisch raus. Ich möchte ganz gerne Fahrrad. Irgendwie hier, keine Ahnung, wo ich da hin möchte. Hier ist ein Hafen, da kann ich jetzt irgendwie draufklicken. Ja, genau. Das ist doch die Stelle, wo ich hin wollte. Ihr habt also die Möglichkeit, über die Highlights, die wir hier sehen, das als Ziel anzugeben. Ich mache das auch mal eben kurz. Und schon ist eure erste Route so gesehen fertig. Die ist natürlich jetzt vorgegeben. Die habt ihr nicht individualisiert. Das hat das System einfach so gemacht. Kommut ist hin und hat gesagt, okay, du kommst aus Jaderberg und du willst nach Fahrel in den Hafen. Das ist so der beste Weg, den du fahren kannst. Ihr könnt natürlich auch hingehen und sagen, dass wir jetzt hier diesen Punkt, ich lösche den mal, also hier Wegepunkt löschen, als wenn er weg wäre. Wir haben ja noch den Punkt, den Startpunkt A hier unten und mache das jetzt hier oben. Das ist auch die Art und Weise, wie ich das eigentlich immer mache. Ich suche mir jetzt keinen Punkt irgendwie auf der Karte raus. Das ist mir alles viel zu fizzelig. Ich weiß vorher eigentlich schon die Anschrift und die Adresse, wo ich hin möchte. Und dann kann ich das dementsprechend dann hier auch einfach eingeben. So, da ist er auch schon, Fahrel in der Hafen, da klicke ich jetzt mal drauf. Und ich kriege auch direkt die Option hier, entweder jetzt hier oder hier klicken zu können. Das hätte ich jetzt gerne als Ziel. So, jetzt nach wie vor, was ich gerade gesagt habe, habt ihr eure erste Route praktisch mehr oder weniger geplant. Die könnt mich jetzt hier oben abspeichern und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt gucken wir uns mal an, was hat es denn mit diesen ganzen Punkten auf sich. Wenn ich hier drüber gehe mit der Maus, Überschwemmungen, Wirtschaftsweg. Was ist das, was liegt hier auf der Strecke, was ist das, Fahreler Hafen. Schöne Allee, klicken wir mal drauf. Schöne Allee. Und ihr seht, dass jetzt hier links auch Fotos angezeigt werden. Jetzt habe ich aber gesehen, dass diese schöne Allee, die ist ja eh auf meiner Strecke drauf. Was ist denn aber, Moment mal, was ist denn hier? Ne, Überschwemmungen wollen wir auch nicht. Was ist das denn hier? Freibad in Fahrel. Klicke ich mal drauf. Und jetzt könnt ihr einfach das Ding zur Tour hinzufügen. Ich, malerweise, mache das so, wenn mir das angeboten wird. Ich gucke erst mal auf die Fotos, klicke da drauf. Das ist ein sensationelles, geiles Foto, muss ich sagen. Das habe ich, das, haha, jetzt spricht so ein bisschen der gelernte Fotograf so aus mir hier. Das ist richtig cool. Das fand ich nicht gestellt, aber es ist richtig geil gemacht. Sehr schön, sehr sympathisch. Und habt ihr gut gemacht, da in Fahrel, im Freibad da oben. Finde ich cool. So, jetzt könnte ich hier noch draufklicken, wenn da mehr Fotos vorhanden sind. Also ihr müsst in die Fotos reinklicken, dann kriegt ihr die ganzen Fotos angezeigt. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Jetzt habe ich das gesehen und denke so, das ist lustig. Solche Umkleidekabinen habe ich noch nicht gesehen. Da würde ich hin. So, dann gehe ich hier auf Schließen und kann jetzt sagen, das Freibad in Fahrel würde ich ganz gerne besuchen. Es wird Sommer jetzt auch und füge das dann einfach zur Tour hinzu. Jetzt klicke ich da drauf. Seht mal auf, was passiert. Und jetzt hat er die Route verändert. Also er hat mir jetzt eine Option angeboten, wo er sagt, wenn du in das Freibad möchtest, auf der Tour nach Fahrel, kannst du der alten Route folgen und kannst da oben rein. Du kannst aber auch einen komplett anderen Weg fahren. Du fährst die rechte Route zum Fischbrötchen-Essen nach Fahrel und fährst zurück. Aber auf dem Rückweg zum S2 fährst du dann über das Freibad und wenn du eh schon auf der Strecke bist, dann lassen wir das dann so. Jetzt ist mir das aber schon ein bisschen zu viel. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und fasse die Straße, die Route hier irgendwo an. Am besten da, wo kein Bild ist. Wenn das hier mit dem Klicken ein bisschen schwierig aussieht, ganz kurz der Hinweis, ich habe die Maus sehr groß machen müssen, weil ich einfach will, dass ihr seht, wo ich hinklicke. Ich habe aber festgestellt, je größer die Maus ist, desto schwerer habe ich hier Probleme, die Route anzufassen. Halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe die wieder auf den alten Punkt, weil ich sage so, nee, ich möchte eigentlich nur diesen kleinen Schlenker machen, weil ich mir das mal angucken möchte. Vielleicht irgendwie eine Stunde ins Freibad gehen, wie auch immer. Aber ich möchte schon auf der Route bleiben, zumal die auch von der Strecke, das reicht mir, als wenn ich jetzt da nochmal außen rum fahre. Das sind ja wieder ein paar Kilometer mehr. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, ihr habt also jetzt hier die Strecke ausgesucht von A nach B. Okay, und jetzt haben wir hier unten die Wegtypen. Da steht zum Beispiel Fahrradweg, 9,5 Kilometer, Nebenstraßen. Und ihr seht auch, wenn ich darüber gehe oder über die Grafik hier oben auch, welche Bereiche was sind. Die grünen Bereiche, die also dann hier rechts auf der Karte in weiß aufleuchten, hätte ich beinahe gesagt, die verändert werden. Das ist also der Fahrradweg und das sind Nebenstraßen. Da zeigt der Komoot auf jeden Fall an den Wegtyp. Und was noch viel wichtiger ist hier unten, das ist die Wegbeschaffenheit. Wegbeschaffenheit, wir haben also hier 5% Pflaster, auch hier wieder Straßenbelag und dann haben wir hier nochmal Asphalt. Das heißt, das ist eine safe Strecke. Ich weiß das natürlich auch, ich kenne die Strecke auch, aber für euch ist das wichtig oder auch für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich fahre jetzt irgendwie nach Bayern in den Urlaub und ich möchte da jetzt irgendwie einfach eine Fahrradtour machen, ich kenne die Gegend überhaupt nicht. Da ist natürlich die Wegbeschaffenheit und der Wegtyp für mich von elementarer Bedeutung im Vorfeld, da ich dann weiß, erstmal kann ich das überhaupt fahren, habe ich überhaupt das richtige Fahrrad dafür, wenn da plötzlich irgendwie steht, dass das irgendwie Schotter ist und Wald- und Wiesenweg oder so, dann ist das ein bisschen schlecht mit dem Straßenreifen da durchzufahren. Und das finde ich an Komoot sehr, sehr geil, muss ich sagen, dass man da im Vorfeld auch schon genau weiß, was einen erwartet. Also nicht einfach nur die Strecke von A nach B, sondern eben halt auch die Höhenmeter, die Wegbeschaffenheit und so weiter und so weiter, so dass ich weiß, okay, alles klar, kann ich machen oder kann ich nicht machen oder ich muss eine Alternativroute suchen. Dann haben wir hier oben auch nochmal, komme ich jetzt mal zu der Fitness zurück. Ihr seht jetzt hier bei gut in Form, für diese Strecke wird mir jetzt gesagt, ich brauche ungefähr eine Stunde 22. Die Strecken, die Distanz wird nochmal angezeigt und bergauf geht es 40 Meter und 40 Meter bergab. Also hier oben ist ja alles sehr flach, ist eigentlich relativ uninteressant. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie Weihnachten, habe ich eine gute Zeit gehabt und der Frühling, der war ja auch so kalt und ich habe auch nur gegessen, ich bin also megamäßig untrainiert, dann seht ihr auch, dass hier von untrainiert dann die Zeit, die Dauer der Zeit sich einfach dann verändert. Wenn ich das mal jetzt wieder zurückgehe, zurückschiebe auf Mitte, dann geht es von 1,53 auf 1,22. Wenn ich sage, ich bin Profi, ich habe einen ganzen Wintersport gemacht, dann schaffe ich das angeblich in 52 Minuten. So, dazu muss man sagen, dass das eigentlich nur ein Richtwert ist. Man sollte natürlich selber seine Fitness schon relativ gut selbst einschätzen können. Guckt immer keiner über die Schulter, wenn man das am Rechner mal so ein bisschen ausprobiert. Das ist eigentlich nur dafür gedacht, das dient als Richtwert dazu, weil es ja sein kann, wenn ich jetzt auch wieder das Stichwort Urlaub im Urlaub bin und eine Tour plane, damit ich ungefähr weiß, ich kann so um 12 losfahren, ich habe Zeit bis 16 Uhr, reicht das? Es ist also Pima Daumen. Also es kann natürlich sein, das System schreibt dir hier 1,22 hin und du fährst und machst eine Pinkelpause und hast einen Kaffee getrunken und irgendwie noch ein bisschen rumgeschnackt oder was weiß ich und auf einmal dann so, oh, 1,50, Komoot hat aber gesagt, 1,22. So funktioniert das nicht. Die gehen natürlich davon aus, dass du das einfach durchfährst, also dass du da keine Pause machst oder so. Das mal eben ganz kurz dazu, finde ich ein ganz wichtiger Hinweis. Jetzt könnt ihr natürlich diese ganzen Highlights, also ich habe jetzt mal hier einfach nochmal so einen Wegpunkt dazu gelegt, der wird mir hier angezeigt. Ich kann das aufklappen. Da steht das Freibad in Fahre. Ich kann natürlich jetzt unendlich viele Wegpunkte noch dazu legen. Entweder Wegpunkte, die jetzt hier angezeigt werden von den Usern von Komoot, hochgeladene Fotos zum Beispiel auch, die mich dann irgendwie dazu bringen, inspirieren, dass ich da irgendwie auch mal hinfahren möchte, weil das so schön aussieht. Und dann kann ich die natürlich halt dementsprechend hier auch mir anzeigen lassen. Ich kann sie aber auch vertauschen, also vom Abschnitt, wie ich die Route abfahre. Ich zeige euch das mal eben. Ich gehe jetzt da hin und sage einfach, oh, das ist aber schön. Das ist ein schöner Wegpunkt. Ich kenne die Straße, die ist wirklich wunderschön. Davor mal abgesehen. Ich habe zwar eine Birkenpollenallergie, aber wenn die Pollenzeit vorbei ist, dann fahre ich da auch gerne lang. Und dann sage ich einfach so, das jetzt nochmal zur Tour hinzufügen. Und jetzt habt ihr hier einmal das Freibad. Und ihr habt diesen Punkt 1, der hier zugefügt ist, der natürlich keinen Namen hat. Das ist einfach nur so eine kleine Allee. Jetzt kann ich die aber vertauschen. Ich sage einfach so, Entschuldigung, ich muss das dann hier anfassen. Nee, so, ich mache das erst so. Ihr seht, die Tour verändert sich, weil Komoot natürlich hingeht und sagt, von der Logik her, das ist die Reihenfolge. Jetzt mal eben so. Ihr könnt aber auch sagen, ich lasse das so. Ich möchte aber erst den Wegpunkt hier und Freibad fahre, wie auch immer. Und dann habt ihr plötzlich einen ganz anderen Streckenverlauf. Also da müsst ihr dann selber auch gucken, wie ihr das dann macht. Die Strecke hier, die wollten wir ja nicht. Und wir verlegen das hier einfach wieder nach rechts. Den Punkt gedrückt halten. Und dann könnt ihr die Strecke einfach rüberziehen. Und dann habt ihr nur diesen Schlenker, der praktisch dann darüber geht. Ich denke mal auch, das reicht jetzt auch erstmal, also nur damit ihr so ein bisschen von dem Handling das verstanden habt. Was ist denn jetzt, wenn ich unterwegs noch irgendwie was essen möchte oder so, wenn ich eine Tour gemacht habe? Hm, da sind ja Restaurants drin. Wie kriege ich die jetzt raus? Muss ich die jetzt hier oben alle suchen oder so? Nee, müsst ihr nicht. In dem Augenblick, wo ihr hier oben auf das Adressfeld klickt oder aber hier unten auf Wegpunkt hinzufügen klickt, könnt ihr euch dann hier verschiedene Sachen anzeigen lassen. Ihr könnt zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten, also die Highlights ist das, was jetzt hier angeixt ist, das ist dann der Fahrradfahrer. Die sind standardmäßig angeixt. Und dann habe ich hier noch zum Beispiel, ich kann mir Sehenswürdigkeiten anzeigen lassen. Ich klicke da mal ein paar Mal drauf, damit ihr auf der Karte auch seht, wo das dann wie angezeigt wird. Ich finde das ein bisschen von der Farbe, also von der Farblichkeit nicht so wahnsinnig super. Das hätte ich gerne ein bisschen anders gemacht. Und ihr könnt auch sehen, dass hier teilweise diese Punkte verschwinden. Unter diesen Highlight-Punkten, hier gibt es so einen Punkt hier oben, der ist in Dangast. Wenn ihr mal guckt, oben Dangast, wunderschöner Kuhort da oben auch, ganz toll, kann man auch ganz toll essen, ganz tolle Gastronomie da oben. Da fahre ich auch öfters hin, vor allen Dingen auch gerade zur Grünkohlzeit und kann da oben dann schön Grünkohl essen. Wenn ich jetzt hingehe und weiter runter scrolle und sehe dann zum Beispiel auch hier, oh, ich habe eine Option, ich kann mir Ladestationen anzeigen lassen. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Das heißt, ich habe eine Tour geplant und ich weiß, ich habe einen Akku, so und so viele Wattstunden, wie auch immer. Das könnte knapp werden oder auf dem Rückweg, da bräuchte ich aber schon wieder einen zweiten Akku oder ein bisschen Strom. Dann könnt ihr euch hier die Ladestationen anzeigen lassen und könnt die praktisch mit in eure Tour einplanen. Wenn ich das jetzt anklicke, Ladestation. Guck mal oben auf Dangast hier oben, was da oben ist. Da ist nichts, ne? Wenn ich jetzt aber die Highlights deaktiviere und dann auf die Ladestation gehe, oh, da war ein Highlight drüber, aber volle Kanne. Also, falls jemand von Komoot mitguckt, man weiß es ja nicht, wie auch immer, generell wird diesmal loswerden. Also, es wäre schon schön, wenn man diese ganzen Sachen, die man hier also angezeigt bekommt, die sind ja alle weiß, ne? Zeltplätze, Trinkwasser, Toiletten und so weiter und so weiter. Wäre das schön, wenn man sich da irgendwie so pro Sektion, die man da hat, einfach irgendwie für eine Farbe noch entscheidet. Also irgendwas, was dann gut kontrastiert, auch zu dem Grün auf der Karte oder zu dem Gelb, was das da teilweise auch ist. Das würde ich persönlich schon super finden. Einfach nur für die Übersichtlichkeit. Wenn ich natürlich jetzt ganz nah da ran scrolle. Jetzt gehe ich nochmal auf Highlights, ich habe das noch gar nicht ausprobiert. Ne, tatsächlich, guck mal. Ups, sind wir schon im Wasser. Ja, also da, also wenn es ganz groß ist, so bis zu dieser Größe, ist der Highlight-Button über der Ladestation und er taucht nur auf, wenn ich mit der Maus da drüber gehe. Also, wie gesagt, könnte man doch irgendwie ein bisschen besser machen. Aber wahrscheinlich ja mal auf hohem Niveau. Wenn man das weiß, wie ich es gerade gemacht habe, dann macht man die Highlights erstmal weg und lässt sich alles andere dann auch einfach anzeigen. So, das ist jetzt die erste Tour. Die lassen wir jetzt so. Ich möchte aber diesen Schlenker eigentlich nicht fahren. Auch hier wieder gucken, bis der Kreis kommt. Schwupps. So, gedrückt halten, rüberziehen und schon ist die Route dann verschwunden. Die Tour, die speichern wir jetzt einfach mal hier oben. Tour de Fischbrötchen. Fertig. Also, ich könnte ja noch, bevor ich fertig drücke, ich könnte also jetzt noch Teilnehmer einladen. Ich könnte sagen, Nils, was ist los? Ich habe deine Route geplant. Hast du am Sonntag Zeit, wollen wir Fischbrötchen essen? Nils sagt, jo, super, alles klar. Dann kann ich jetzt die Route, kann ich ihn praktisch einladen und er kann sich das auf Komoot dann auch angucken. Lassen wir jetzt erstmal weg. Ich drücke auf Fertig und jetzt hast du hier die Übersicht, wo praktisch dann links mit diesem wunderschönen Umkleidekabinenbild, finde ich richtig klasse, ein richtig herziges Bild ist das. Farrel, Tour de Fischbrötchen, wo ich nochmal alle Daten habe, die lange, das dauert, die Strecke ungefähr, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter und so weiter und kann jetzt hier einfach dann hingehen und kann das dann dementsprechend auch noch neu bearbeiten. Der ganze Rest, wie alles noch funktioniert, da kommt noch in Zukunft was. Das lassen wir jetzt hiermit erstmal so dann sein. Jetzt nochmal ganz kurz, nochmal der Hinweis, weil es ein Video für totale Anfänger auch ist, dass man hier also ja auf die Komoot Startseite kommt. Jetzt habe ich natürlich Folgendes gemacht. Achso, ganz kurz, ich möchte jetzt die Route, die Touren, die ich geplant habe, mir angucken. Gehe ich oben auf mein Profil, Touren, geplant, klicken wir mal einmal drauf und dann seht ihr, hier sind schon verschiedene Fischbrötchen-Touren drin, die erste haben wir gemacht, die andere will ich ja gar nicht haben. So, da ist nochmal alles drin und dann kann ich da reinklicken und kann mir das nochmal alles ganz genau angucken. Wunderbar, super. Na, ich möchte die Tour neu planen, ich möchte die bearbeiten, weil mir eingefallen ist, da Dieter hat irgendwie erzählt, da kann man unterwegs sein, irgendwo da und da hinfahren, musste gucken, dann kann ich das jetzt alles nachdrücklich nochmal eingeben, Tour speichern und das war's. So, wenn wir uns in Komoot einloggen, dann erscheint ja dieses Bild, was ich jetzt gerade hier habe und ich bin ja ganz explizit jetzt schon eigentlich für etwas fortgeschrittenere Leute, also um es dir ja auch ein bisschen einfacher zu machen, direkt auch neue Tour planen gegangen und Komoot selber hat ja hier oben links noch diese Option mit Touren. Wenn ich da jetzt drauf klicke, haben wir das gleiche in grün. Ihr seht aber direkt hier in dem Ort, wo ich bin, das ist schon alles ein bisschen anders. Okay, alles klar, was passiert da? Das ist eine ganz coole Option, die ich eigentlich jedem, der jetzt nicht direkt eine Tour fertig planen möchte, auch mal so gucken will, was macht denn die Community, wo sind die so gewesen, kann ich da vielleicht mal irgendwas einfach so nachfahren. Das habe ich übrigens auch schon gemacht, ganz am Anfang Komoot, habe ich keine Routen selber geplant, ich habe mir einfach Routen, die andere Leute hochgeladen haben, angeguckt, habe gesagt, jo, das sieht gut aus, möchte ich auch mal machen, möchte ich auch mal langfahren. Dann könnt ihr das darüber machen. Ihr könnt natürlich jetzt hier oben dann einfach die Deutschlandkarte wieder nehmen, entweder bei euch in der Region gucken oder aber auch in eins meiner Lieblingsbundesländer, in dem ich auch gerne Urlaub mache, wo ich unheimlich gerne runterfahre. Ich bin ein großer Bayern-Fan, also kein Fußball, mit Fußball kann ich gar nichts anfangen, aber das Bundesland ist schön und ich mag die Region auch. Das hat auch familiäre Gründe, aber das ist eine andere Geschichte. Unten da, Bad Reichenhall, immer Österreich rüber, Salzburg und sowas, einfach schön. Das hört man da nicht mehr los. So, jetzt gucken wir uns mal an, an den Tegernsee. So, da haben wir den Tegernsee und wenn ich jetzt da so ein bisschen reinzoome und ich fahre zum ersten Mal zum Tegernsee oder an den Tegernsee und ich habe keine Ahnung, was da eigentlich so los ist und ich würde ganz gerne Fahrrad fahren oder wandern oder sonst irgendwas machen, dann zoomt ihr da einfach ran und geht hier oben auf dieses blaue, diesen Platten, der da oben ist, sehr prominent, klickt da einmal drauf und dann erscheint da so ein Kreis und dann seht ihr auch direkt, da sind schon vorgefertigte Routen. In dem Augenblick jetzt hier Fahrradtouren, die hier oben auch angeklickt sind. Wenn ich da mit der Maus drüber gehe, dann leuchten die so ein bisschen hell auf. Das bringt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich jetzt links in die Seitenleiste gehe und über die einzelnen Touren rübergehe, dann seht ihr, dass rechts dementsprechend die Route, die da gerade beschrieben ist und die gemacht worden ist, dann gehighlighted wird, wie man möchte. Ihr seht auch schon direkt in der Übersicht, das finde ich auch sehr cool, oh, das ist eine 3-Stunden-Route, 50 Kilometer mit Höhenanstieg von 530 Metern, das finde ich cool, möchte ich mal gerne machen. Oder ihr seht auch direkt hier, oh, da ist eine Route um den Tegernsee, welche ist das denn? Das ist die hier, klicke ich da mal rein und jetzt kommt es. Erst mal gucken, ich war noch nie da, lohnt sich das überhaupt, ist das schön da? Fotos angucken, oh, das ist aber schick, Tegernsee halt. Wenn ich jetzt in das Bild klicke, geht es weiter aufs Nächste. Ja, das ist schon, mein Gott. Also, wie man sich das so vorstellt, also ich sehe mal die ganzen Touristen bei uns hier oben, meine Frau sagt dann immer, ja, wir leben da, wo andere Leute Urlaub machen. Das gilt aber meiner Meinung nach auch umgekehrt genauso, also die Leute, die da leben, da machen ja andere Leute auch wirklich Urlaub. Man kann hier alles haben, man kann es versuchen. Ist aber auch ganz normal, dass die Leute, die halt eben in den Bergen wohnen, wir haben hier oben Unmengen von süddeutschen Urlaubern aus Bayern und wo die alle herkommen und umgekehrt, wir fahren da runter und noch weiter nach Tirol und was weiß ich, weil wir einfach keine Berge haben. Wie gesagt, also man kann sich eben recht machen. So, was ich da interessant dran finde, ist mit dieser Funktion, mit diesem Aussuchen von dieser Route, dass wenn ihr noch woanders einfach mal richtig rein scrollt, also ganz extrem, je tiefer ihr in die Karte reingeht und dann in diesem Gebiet sucht, dann verringert sich auch der Radius und jetzt seht ihr, das habe ich jetzt absichtlich gemacht, ich wusste das, dass hier steht, wenig Inhalte rund um diesen Ort. Also da ist absolutes Niemandsland, da ist entweder noch nie einer gefahren oder da kannst du kein Fahrrad fahren, ich vermute mal, da kann man eher wandern. Immerhin, ein einzelner Punkt ist dann da und das macht ihr natürlich dann in den Gebieten, wo ihr dann hinfahrt, wo ihr dann vielleicht einfach ein bisschen mehr wisst, was da so ist. Versuchen das hier auch nochmal. Da ist auch nichts zu machen, da sind ein paar verlorene Routen. Also, je mehr ihr in ein Gebiet rein scrollt, desto mehr Möglichkeiten bekommt ihr dann halt eben auch angezeigt, innerhalb dieses geringeren Radius, der dann da ist, von dem Gebiet, in dem ihr dann vielleicht Urlaub macht. So, das geht jetzt hier vollkommen, ufert jetzt richtig aus, ist also Bestandteil einer Strecke von zwei riesengroßen Strecken, die da sind. Ihr seht also hier 63 Kilometer, 48, das sieht ja schon nicht mehr so bedrohlich aus, finde ich. Und auch mal hier um den Spitzingsee direkt eine Runde, wenn man da mal eben kurz sich das dann hier Spitzingsee raussucht. Da ist es. Spitzingsee, wie sieht es da aus? Oh ja, das ist auch schon nett, ne? Cool. Wenn Leute aus der Region Spitzingsee gerade bei uns zuschauen, lasst doch einen Kommentar da. Ne, wie auch immer. So, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Erstmal soweit für den ersten Teil. Ich hoffe mal, dass das so einigermaßen verständlich gewesen ist. Es ist, wie gesagt, ein relativ komplexes Ding, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto einfacher ist es auch von der Bedienung. Man weiß dann einfach, was man da machen muss. Wie gesagt, Practice, also Praxis, immer wieder reingehen, immer wieder gucken, bisschen rumspielen. Ich habe auch schon Routen geplant, die ich nie fahren werde, weil die viel zu lang sind. Einfach nur, um mich mit der ganzen Technik vertraut zu machen, wie man das einfach dann so gestaltet, wie man das macht. So, das war es von hier aus. Ich gebe mal zurück zu Dieter ins Studio. Das war das Video zu Komoot. Das war der erste Teil. Und ja, schreibt doch mal einfach in die Kommentare, wie ihr das so gefunden habt. Das war jetzt auch so mein erstes Mal, ein Video so in dieser Art zu machen. Wenn das gut war, dann können wir das so öfter machen. Wie auch immer. Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das nie ohnehin schon gemacht habt und teilt das Video. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis dann!